Hallo zusammen, vor wenigen Tagen hat Vitalik höchstpersönlich auf Twitter geschrieben, dass er DeFi eigentlich gar nicht mag und dass er viel lieber Anwendungen wie ein dezentrales Google Docs oder Facebook sehen würde. Also wie bitte? Der Gründer von Ethereum mag kein DeFi. Also ich meine, was macht man denn sonst noch so auf Ethereum? Ja, und im DeFi Space hat er sich dafür auch so einiges anhören können, vor allem von Kane Warwick. Das ist der Gründer der DeFi-Plattform Synthetix und auch von Sam Kasimian, der Gründer von Frex Finance. Finde ich tatsächlich auch super verständlich, weil das echt wenig hilfreich ist in der aktuellen Marktphase und vor allem auch zeigt, dass Vitalik schon auch etwas der Realität entrückt ist, die ja nach seiner eigenen Erkenntnistheorie vor allem auf der Blockchain stattfindet. Na jedenfalls, wenn ich mir die Kritik von Vitalik dann mal genauer ansehe, dann ist da schon was dran. Also Vitalik fragt sich nämlich, wo eigentlich die Rendite bei DeFi herkommt und da sind dann vor allem Trading-Fees und Lending-Fees, die ja in erster Linie wirklich nur existieren, weil im gesamten Space mal mehr oder mal weniger Leverage existiert und vor allem auch, weil immer neue Tokens mit immer mehr Inflation rauskommen. Und so wie Vitalik das beschreibt, kommt das einem Ouroboros gleich, also einer Schlange, die sich auf ewig nur von ihrem eigenen Schwanz ernährt und dadurch kaum wächst und dabei halt auch nie wirklich satt wird. Aber gilt das nicht eigentlich für jeden Markt, also vor allem für jeden Kapitalmarkt? Wo kommt denn wohl die Dividende her, die die Deutsche Bank so ausschüttet? Und auf diesem Gedanken basiert auch diese naive Vorstellung, dass eigentlich kein Ertrag wirklich real ist, weil in der gesamten Wirtschaft geht es ja immer nur um die Umformung von etwas bereits existierenden. Und vor allem in der Dienstleistungsbranche gilt das, wo ja nun wirklich gar nichts produziert wird. Das einzige Gewerk, das überhaupt etwas Neues produziert, ist nach dieser Idee eigentlich die Landwirtschaft, weil die produzieren auf dem leeren Acker Jahr für Jahr neues Getreide, das dann neu in den Kreislauf eingespeist wird. Und das ist ja die Urform der Produktion und im Grunde ist hier die Natur der geheimen Erzeuger nicht der Mensch. Also aus Erde, Sonne und Luft wird eine ganz neue Form der Materie, die man dann letztendlich essen kann. Und kann der Mensch dann überhaupt je etwas völlig Neues schaffen oder kann er nur bereits existierendes umformen? Ja, und je mehr man dann darüber nachdenkt, desto weniger überzeugt einen dieses ganze Argument eigentlich. Und wenn Krypto auch nur ein andauerndes Hin- und Hergeschiebe von einem Wallet ins andere ist, wodurch soll dann eigentlich neue Rendite ins System kommen? Und was legt da nicht näher, als die landwirtschaftliche Produktion auf die Blockchain zu bringen? Und exakt das macht LandX Finance. Das ist ein DeFi-Produkt, das die Erzeugung von Weizen, Reis, Mais und Soja tokenisiert. Und das ist nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes dann echter Ertrag, also Real Yield, sondern auch möglicherweise eine exzellente Absicherung gegen Inflation, weil was ist Inflation eigentlich anderes als der Anstieg von Lebensmittelpreisen? Und dabei bringen die Produkte von LandX, wie man hier sehen kann, angeblich recht ansehnliche Renditen. Eine Einlage brägt ungefähr 16 bis 18 Prozent pro Jahr. Und diese Rendite besteht aus Tokens, die die reale Ernte des jeweiligen Getreides repräsentieren. Also steht für jeden Token auch irgendwo ein Sack Getreide rum. Also wie funktioniert das hier? Es gibt aktuell vier Agrarerzeugnisse. In die kann man investieren und zwar Weizen, Mais, Reis und Soja. Möglicherweise gibt es hier mal noch mehr Produkte, aber zur Zeit ist das erstmal alles. Das Produkt ist noch relativ jung. Für jedes dieser Erzeugnisse gibt es dann einen Token, der zunächst einmal als Stablecoin dient. Und zwar als ein Stablecoin, der nicht an den Dollar gebunden ist, sondern an den Preis von einem Kilo des Produktes. Das sind dann die sogenannten Sea Tokens und da gibt es Sea Weed, Sea Corn, Sea Rice und Sea Soy. Wenn also ein Kilo Weizen aktuell 22 Cent kostet, dann liegt der Preis von einem Sea Weed Token bei 22 Cent. Das ist dadurch sichergestellt, dass man hier bei Land X jederzeit die Sea Tokens zum aktuell gültigen Marktpreis gegen USDC umtauschen kann. Dafür braucht man dann keinen DEX und auch keine externe Börse. Bei Land X liegen die USDC in einem Smart Contract und man kann jederzeit seine Sea Tokens burnen und sich dafür eine entsprechende Menge USDC holen zum aktuellen Preis des jeweiligen Getreides. Der Preis kommt von einem Oracle, das die aktuellen Werte von den entsprechenden Rohstoffbörsen abfragt. Und damit ist absolut sichergestellt, dass die Sea Tokens immer den richtigen Wert haben. Aber die Frage ist natürlich, woher kommen jetzt eigentlich diese Sea Tokens und wie kommt man an die ran? Und da kommen die X Tokens ins Spiel. Für jedes Agrarprodukt gibt es neben dem Sea Token auch einen X Token. Wenn man einen X Token für ein Jahr staked, dann kann man insgesamt genau einen Sea Token als Reward claimen, natürlich nach und nach über das Jahr verteilt. Und man muss also nicht jetzt ein ganzes Jahr warten, bis man einen Token zusammen hat. Man kann auch zwischendurch mal claimen und bekommt dann einen entsprechenden Teil von einem Token, je nachdem, wie lange man gestaked hat. Wenn also ein X V Token ein Sea Token pro Jahr erzeugt und ein Sea Token ein Kilo Weizen repräsentiert, dann kann man genauso gut sagen, dass ein X V Token einem das Recht auf die Ernte von einem Kilo Weizen pro Jahr gibt. Mit dem X V Token kaufe ich mir also das Recht, dass mir jedes Jahr ein Kilo der jeweiligen Weizenernte gehört. Und die X V Tokens werden von Land X immer dann erzeugt, wenn ein Agrarproduzent, also halt ein Bauer, Kapital benötigt. Dann muss sich der Agrarproduzent auf eine bestimmte Menge an Ernte pro Jahr verpflichten. Also angenommen, er verpflichtet sich, 10 Tonnen Weizen zu produzieren. Das wären dann also 10.000 Kilo. Er verpflichtet sich also damit, Weizen im Wert von 10.000 Sea V Tokens zu produzieren. Und wenn er das schafft, dann kann Land X also 10.000 Sea V Tokens pro Jahr minten und ausschütten. Immer wenn jemand ein Sea V Token einlösen will gegen USDC, dann kann Land X ein Kilo Weizen zum Marktpreis verkaufen und den Erlös in Form von USDC auszahlen. Und in Wirklichkeit läuft dieser Prozess natürlich leicht anders. Vor allem ist der wesentlich virtueller, aber das Prinzip dahinter, das ist schon tatsächlich genau so. Und weil jetzt jeder X V Token genau ein Sea V Token pro Jahr erzeugt, müsste der Agrarproduzent also für seine Zusage genau 10.000 X V Tokens bekommen. Diese 10.000 X V Tokens kann er dann verkaufen an Investoren und das läuft unter anderem ganz normal über Uniswap. Der Agrarproduzent bekommt also X V Tokens, verkauft die dann über Uniswap und bekommt dafür USDC, mit denen er dann losproduzieren kann. Also zum Beispiel Maschinen kaufen oder Land und ähnliches. Also hier kann man das ziemlich gut sehen, dass es bei Uniswap tatsächlich diesen X V Pool gibt, wo ich mir dann eben auch die Tokens kaufen kann. Also einfacher geht das natürlich bei Land X selber, da gibt es einen Kaufbutton, aber im Grunde kann man hier sehen, dass das ein ganz normaler Uniswap Pool ist, der dahinter steckt. Und klar kann ich mir da auch den Token kaufen und wenn ich das mache, dann habe ich Anspruch auf einen Sea Token pro Jahr. Und weil der Produzent zugesagt hat, genau dieses eine Kilo pro Jahr zu produzieren, was ich dann in Form des Tokens bekomme. Also meine Rendite ist damit zumindest in der Theorie gesichert. Und das ist dann auch schon das ganze Prinzip dahinter. Also ich finde das wirklich ziemlich genial einfach gelöst und vor allem ist das wirklich ein Beispiel, wie man Real World Assets auf die Blockchain bekommen könnte. Die Rendite hier, die kommt wirklich von außen. Immerhin steht die Ernte eines Agrarrohstoffes dahinter und der Wert kommt mit jedem Jahr direkt neu in die Blockchain. Das ist also nicht das, was Vitalik kritisiert, nämlich eine Schlange, die den eigenen Schwanz frisst. Und klar, hinter dem Produkt steckt natürlich noch viel mehr und hinter den Kulissen tut Land X so einiges, um dafür zu sorgen, dass die einzelnen Teilnehmer auch das einhalten, was sie zusagen. Schaut einfach mal selber in der Doku nach, wenn euch das genauer interessiert. Unter anderem wird von den Agrarproduzenten der Gegenwert einer ganzen Jahresernte als Sicherheit verlangt, damit die zugesagte Rendite erstmal mindestens für ein Jahr gesichert ist. Und außerdem wird das alles in einem rechtsverbindlichen Vertrag gefasst und von Land X überwacht, nötigenfalls sogar mit juristischen Mitteln durchgesetzt. Außerdem kümmert sich Land X auch um die regulatorischen Dinge dahinter. Also die operieren nicht in einem rechtsfreien Raum, sondern sorgen tatsächlich auch für die nötigen Lizenzen. Aber da sind wir dann meiner Meinung nach auch schon bei den Problemen, die so ein Projekt mit sich bringt. Also zunächst einmal hängt natürlich alles von Land X ab. Wenn die Murks machen, dann kann man natürlich alles vergessen, was mit dem Projekt zu tun hat. Und da ist dann auf jeden Fall ein Totalverlust möglich. Also alles, was man hier investiert, kann weg sein, wenn mit Land X irgendwas nicht stimmt. Und an der Stelle finde ich es zwar einen guten Anfang, dass sie die gesamte Überwachung der dahinterstehenden Verträge gar nicht selber machen, sondern sogenannte Validatoren einsetzen, also externe Auditfirmen, die die Verträge mit den Produzenten aufsetzen, abschließen und auch umsetzen. Aber auf der anderen Seite bietet das einem dann auch nur wieder minimale Dezentralität und das bringt dann auch schon wieder ein eigenes Risiko mit sich. Und da ich als Käufer eines X-Tokens ja so gut wie gar keine Rechte gegenüber den Validatoren habe, ich habe ja mit denen nicht direkt einen Vertrag, was kann ich dann eigentlich machen, wenn einer von denen Mist baut? Und hier wäre es wirklich viel besser, wenn man wenigstens perspektivisch vielleicht sowas wie Eigenlayer einsetzen würde und die Validatoren quasi mit einer ausreichend großen Sicherheit dafür bürgen, dass sie ihren Job ordentlich machen. Genau dafür ist Eigenlayer ja eigentlich gedacht und das hier wäre tatsächlich ein super Use Case dafür. Und ich weiß nicht, ob das geplant ist, dass es mal irgendwann kommt. Das sehen wir ja dann, denke ich mal, in Zukunft. Viel schlimmer ist aber die mangelnde Liquidität in den Uniswap Pools. Da sind nur jeweils pro Rohstoff eine halbe Million Dollar drin und davon ist dann ja auch tatsächlich nur die Hälfte USDC. Die andere Hälfte ist ja dieser Token. Das heißt, wenn man nur für einigermaßen überschaubare Summen hier einsteigen will, sagen wir ab 10.000 Dollar oder so, dann verschiebt man die Preise schon ganz erheblich und das sieht man auch daran, dass hier irgendwas mit der Rendite nicht stimmt. Also der Preis des CV Tokens kommt ja von den Rohstoffbörsen und der liegt bei aktuell 22 Cent. Ich habe es mal nachgeschaut und das kommt tatsächlich hin. Und der Preis, der ist korrekt und das lässt sich auch nicht wirklich manipulieren. Aber wenn ich jetzt eine Rendite von 18 Prozent zugrunde lege, dann dürfte der Exv Token maximal um die 1 Dollar und 22 Kosten, wegen der 18 Prozent und das tut er aber nicht. Er liegt bei mehr als dem Doppelten bei 2,80 Dollar. Und der Rechenweg dazu, der findet sich auch hier in den FAQ von LandX. Ich habe da also jetzt nicht irgendwas falsch verstanden oder so. Und der Token tradet tatsächlich mit einem Premium von über 100 Prozent über dem Fair Market Value. Und wenn man da also jetzt investiert, dann wird man früher oder später einfach mal so mehr als die Hälfte seines Kapitals verlieren, wenn der Markt dann etwas flüssiger wird. Ich denke mal, das liegt daran, dass die Uniswap Pools so dünn sind. Es gibt natürlich theoretisch noch die andere Erklärung, dass der Markt mit einer zukünftigen Rendite von über 100 Prozent rechnet. Naja, aber das glaube ich eher nicht. Alles in allem glaube ich definitiv aber nicht, dass LandX ein Scam ist. Und es ist nur insofern Bauernfängerei, dass es sich unter anderem an Agrarproduzenten als Zielgruppe richtet. Und es ist stattdessen meiner Meinung nach ein sehr, sehr spannendes Experiment. Und es zeigt auch, dass es möglich ist, alternative Formen von Yield anzubieten. Und klar ist da auch immer ein Risiko dabei, wenn Real World Assets auf die Blockchain kommen. Es kommt immer ein Risiko dazu, wenn man über reine Onchain-Produkte hinaus irgendwas anbieten will. Aber ich denke, dass die Rendite dieses Risiko dann eben ausgleichen muss. Und eine Chance besteht dann darin, das durch die vereinfachten Prozesse zu erreichen, die durch die Blockchain-Technologie kommen. Was das angeht, kann man von LandX tatsächlich viel lernen. Es ist offenbar ziemlich schwierig für Agrarproduzenten an Kapital zu kommen. Die Produzenten müssen ja immerhin mit 18 Prozent hier bei LandX schon ganz schön viel Rendite zusagen, um überhaupt X-Tokens minden zu können. Und LandX bietet durch den Einsatz von DeFi da immerhin eine Lösung. Mal sehen, ob das Projekt in den nächsten Jahren noch wächst und die Pools dann dadurch auch dicker werden. Und aktuell im Bullenmarkt ist der Bedarf nach solchen alternativen Ideen sowieso kaum da. Also das kann sich dann ändern, wenn der ganze Leverage, das ganze Leverage aus dem Markt wieder verschwindet und die APY überall wieder runter geht. Und übrigens habe ich mir jetzt den LandX-Token selber gar nicht angesehen, weil ich momentan einfach nicht mehr in solche Governance-Tokens investiere. Dafür sind wir meiner Meinung nach schon viel zu weit fortgeschritten im Bullenmarkt. Das müsst ihr euch dann einfach selber mal anschauen, wie hier so die Tokenomics sind und was ihr so davon haltet. Jedenfalls von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Bis bald, alles Gute, Tschüss! Bis bald, alles Gute.